Willkommen zurück, Pioniere! So, da ist der Adventskalender. Wo ist die 4? 10, 21... 13... Was ist das hier? 19, 1, 18, 7... Oh, hier ist die 5. Hier ist eine 25? Ach, da unten steht das. Oh, Baby! Ja! Genau das, was wir noch brauchen. Jetzt geht's weiter. Äh... Auf Grants ist abgeschlossen, wieder wählen sie einen Knoten aus. Okay. Oh! You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Fixmas is coming to town. Das ist gar nicht... Was? Actual snow? No? So. Okay. Also Iron... Copper... Alles zusammen gemischt. Okay. Genau. Ah, okay, 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 okay. Das heißt, wir brauchen... Smelter. Und Geschenke. Aber Geschenke haben wir ja noch. Äh, ja, ja, Schmelzöfen. So. Schmelzöfen 1. Schmelzöfen. Na? 2. Dann brauche ich noch hier so ein paar Eisenstangen. Ach, Quatsch. Äh, was ist das? Splitter. 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 So, dann machen wir blaue. Und rote. Ähm. Jetzt muss ich nochmal schauen, wie ich die aus Iron und die aus Copper mache. Oder kann ich die noch gar nicht herstellen? Das weiß ich jetzt gerade noch gar nicht. Äh, Geschenke, Geschenke, Geschenke. So, Tyler. So, Tyler. Ja, und, äh. Und jetzt? Muss ich jetzt echt noch warten, bis ich die nächsten Sachen überwende, wenn ich das Gelände freigeschaltet habe? Also, für den nächsten Schritt. Jetzt haben wir hier. Ah. Okay, okay, okay. Dafür brauche ich auch noch 50 von dem anderen Zeug da. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ey, wir machen heute Fortschritt. Also, das war alles Zeug, was ich so nicht brauche. Okay. Oh, wir haben fast genug davon. Ähm. Nehmen wir mal raus. Okay. 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 So, also eigentlich habe ich ja noch so viele Batterien, dass ich die alle aufrüsten könnte, aber okay. So, zwölfeinhalb Teile. So, das braucht alles noch so ein bisschen. Ich sollte nur auch schauen, dass ich nebenbei auch noch immer so ein bisschen Geschenke einsammle. Ich werde aber jetzt noch so ein paar von den Batterien mitnehmen. Ja, E-Meter-Platz habe ich ja. Oh, sehr cool. Oh, sehr cool. Oh. Na? Ach Gott, das kann ich auch schon freischalten. Dafür brauche ich ja nur... Oh Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Oh Gott. Oh Gott. So, Zuckerstangen. Oh. Na komm. Okay, dann haben wir das schon mal abgeschlossen. Ja, echt cool, ey. Heute haben wir dann mal wieder Fortschritt. Das heißt, heute ist es mal wieder eine längere Folge. Die neue Gebäude. Ach, das hier. Okay, jetzt ist die Frage, wie erstelle ich denn die... Oh, ach du Scheiße. Oh, wow. Oh nein, das hier... Hier komm ich auch nicht weiter, weil ich erst das hier haben muss. Aber die anderen beiden Sachen können wir schon mal erstellen. Sehr geil. Wir brauchen definitiv mehr Geschenke. Brauche ich dafür jetzt den großen Smelter? Für so einen Smelter brauche ich erst mal 10 modulare Rahmen. Ist die Maschine hier drüben schon fertig? Ja, das war 34, ne. Das dauert noch so ein bisschen. Ne, das halbier ich noch mal. So. Brauchen wir 10 modulare Rahmen und auch noch ein paar normale Eisenstangen. Zeit haben wir ja. So. Oh. Was? Der Baum produziert Geschenke? Ich hab geklappt. Bauen wir den wieder ab. Die Produktion. Die Gießerei. Ich will nur schauen, ob die das richtige dafür ist. Ja. Oh. So. 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 . So. So. . So. . So. So. . So. So. . So. 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 Genau, 20 Stück davon Und 50 Geschenke, oh shit Genau 200 Ah, jetzt sollte ich mich beeilen, ob vielleicht noch Ich hoffe, da sind noch genug Geschenke über Zum Glück ist die Maschine nicht mehr so schnell Super, jetzt habe ich so wenig Geschenke dabei Genau, 49 natürlich Ei, 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 ei Oh oh Das war knapp So, da nochmal das Nee, da muss keine Stromleitung dran Ja, genau Ja, sieht das ein bisschen komisch aus Das muss aber so sein Ja, genau Kann ich den Baum übertakten? Ich würde jetzt halt gerne noch den Schneemann bauen können Und den Schnee Oh, lass uns noch ein paar Geschenke Na, da ist die vier Ja, da ist die vier Ja, da ist die vier So, komm mal da sind wir jetzt ein bisschen schneller rüber Oh Das hat mich jetzt schon rapide gebremst Kann man das sagen? Zumindest hat das ziemlich stark mich abgebremst Aua Aua Ich habe noch was zum heilen Aber ja Mehr nicht Schade Ja, sehr geil Ja, sehr geil, dass da jetzt die Kugel drin ist Ich meine, okay Damit wir da jetzt auch weiterkommen Müssen wir dementsprechend auch warten Bis wir Wieder in einem Türchen Diesen Kugelmix haben Oh ja Wir haben genug für den Schnee Für den Schneemann Nee, beides ist es ja Schnee und Schneemann A friend Okay We searched a friend Okay Ich brauche noch rote Kugeln Und ich brauche Schnee Und Schnee wird aus Geschenken gemacht Fünf Geschenke Wow Wofür brauche ich dafür? Drei Stück, okay Und fünfzig Schnee Und ich brauche noch Noch ein paar von den Kugeln Sechzehn Schnee Das ging jetzt aber fix Also das fünfte Ding an Kommt Kommt zwei Schnee Gut zu wissen Okay Ah, da müssen wir echt da vorne mal die Leiter hochklittern Und da oben mal ein bisschen Geschenke einsammeln Oh, Autosave Sehr cool Ja, da müssen wir da machen Und da können wir auch noch mal die Leiter hochklittern Und da können wir auch noch mal die Leiter hochklittern Oh, okay Jetzt haben wir da noch die Geschenke ein Dann laufen wir zurück Schauen wir was für den Schneemann noch mit aufstellen Hast du eigentlich irgendwelche Fähigkeiten in Schneemann? Do you want to build it? You finally have a friend Disclaimer, it's not actually your friend Do you want to build a snowman? Yeah This one of you can see You want the snowman to build up? You want to build the snowman, you want to build up? Wow, you want to build up? It's about the snowman to build up? I want to build up? I want to build up? I want to build up? Der Schneemann kommt dann hier. Also im Vergleich zum anderen Baum ist der ja wirklich winzig. Achso, ja. Weißt du auch, Giant Christmas. Äh, Christmas Tree. Nicht Christmas Tree. Entschuldigung. Ich konnte mir da dieser Fehler passieren. So, jetzt posten wir auf Pause. Wunderschön. Wir haben einen Freund. Äh, Moment. Moment. In seinem Mund sind drei Sprengdinger. Äh, was? Können wir den dadurch jetzt sprengen? Nö. Hätte ja sein können. Ja, dann würde ich sagen, sind wir erstmal durch für heute. Wir haben jetzt eine automatisierte Geschenkeproduktion. Besser kann es ja gar nicht kommen, hätte ich gesagt. Dann müssen wir schauen, dass wir hier so ein bisschen ausbauen. Dass wir automatisiert diese ganzen Kugeln herstellen. Eieiei, das adelt ja schon fast in Arbeit aus. Sehr geil gemacht. Okay. Dann haben wir es eigentlich für heute, für Tür Nummer 4. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Beziehungsweise bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Bei Tür Nummer 5. Bis dahin. Und ciao. Gezeigt habe ich jetzt alles. Ja, ich denke schon. Wenn nicht, lese es ja gleich in den Kommentaren. Bis dann. Tschüss.